I want to say thank you to the millions of Americans who use TikTok every day. We are here for the long run. We are here for the long run. Wir bleiben hier auf lange Sicht. So reagierte die US-Geschäftsführerin von TikTok, Vanessa Papas, auf die Pläne von Donald Trump, TikTok in den USA zu verbieten. Mit circa 800 Millionen bis einer Milliarde Nutzer ist TikTok einer der größten Social Media Plattformen weltweit. Alleine in den USA sind es circa 80 bis 100 Millionen Nutzer. Doch wenn es jetzt nach Trump geht, könnte TikTok eben verboten werden. Und es wäre nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen unter die Räder kommt in diesem Handelsstreit zwischen den USA und China. Dabei spielen bei dieser Debatte rund um TikTok, dessen Mutterkonzern ja ByteDance heißt und eben aus China kommt, Dinge wie Datenschutz oder auch Spionage oder nationale Sicherheit eine Rolle. All das, was einen guten Hollywood-Film ausmacht. Vanessa Papas versuchte zumindest auf Twitter noch, die TikTok-Gemeinde hinter sich oder hinter TikTok zu vereinen. Doch warum genau will Donald Trump eigentlich TikTok verbieten? Was steckt da wirklich dahinter und wer könnte am Ende davon profitieren? Und was bedeutet das beispielsweise auch für Deutschland? Könnte auch TikTok in Deutschland verboten werden? Darum geht es jetzt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe meine Tristian Crew. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann abonniert unbedingt. Und wir beginnen jetzt erst mal mit der Frage nach dem Warum. Also warum will die USA eigentlich TikTok verbieten? Welche Gründe haben sie? Eines der größten Argumente der US-Regierung ist das Thema Datensicherheit oder Datenschutz. Denn man vermutet oder man wirft TikTok vor, dass eben die Nutzerdaten an beispielsweise chinesische Geheimdienste weitergegeben werden. So wurde bzw. wird das Unternehmen auch gerade von den USA überprüft, ob es beispielsweise auch die nationale Sicherheit in Gefahr bringt. Und erst im Juni veranstaltete Donald Trump eine Wahlkampfveranstaltung, die von TikTokern, wenn man die so nennt, boykottiert wurde, indem nämlich zahlreiche Tickets reserviert wurden. Allerdings erschien man dann nie und die Veranstaltung hatte ziemlich viele leere Ränge. Viele sagen, dass das auch ein Grund dafür sein könnte, warum Donald Trump möchte, dass TikTok verboten wird. Auch weil man Angst davor hat, dass eben die Plattform oder eben dann auch die chinesische Regierung in den Präsidentschaftswahlkampf, der ja noch dieses Jahr stattfindet, eingreifen könnte. Was mich allerdings an dieser Story rund um diesen Wahlkampf, rund um diese Wahlkampfveranstaltung stört und diesen Boykott stört, ist, dass es keine echten Beweise dafür gibt, dass wirklich diese TikToker dafür verantwortlich waren. Deswegen sollte man diese Geschichte mit so ein bisschen Skepsis betrachten. Außerdem wird TikTok vorgeworfen von den USA, dass man Kritik an China löschen würde, blockieren würde oder auch zensieren würde. Beispielsweise diese 17-jährige TikTokerin, ich hoffe, wie gesagt, man nennt das so, die nämlich in ihrem Video die Misshandlung der ethnischen Minderheit der Uiguren in China anprangerte. Hi guys, I'm gonna teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash color, curl your lashes, obviously. Then you're gonna put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there. Ja, ihr Account wurde kurze Zeit später von TikTok blockiert. Kurz darauf wurde er allerdings wieder reaktiviert. TikTok selbst sagt, dass das ein menschlicher Fehler gewesen sei und dass sie blockiert wurde, weil ihr Account mit anderen Accounts in Verbindung stehen würde, die eben blockiert waren. Zu den Vorwürfen, dass China Daten sammeln würde mithilfe von TikTok, die dann an die chinesische Regierung weitergegeben werden, äußerte sich der Außenamtssprecher Wang Wenbin übrigens so. Die USA stellen eine Schuldvermutung auf und drohen chinesischen Unternehmen ohne Grund. Außerdem meinte er noch, dass die USA chinesischen Unternehmen ein offenes, gerechtes und nicht diskriminierendes Umfeld bieten soll. Ja, und das ist deswegen spannend, weil ja ähnliche US-Unternehmen wie Facebook, Google, YouTube und Co. in China ja grundsätzlich gesperrt sind. Genauso wie auch Medien oder Webseiten, die China kritisieren. Aber jetzt kommen wir zu der Frage, die sich nicht nur James Charles stellt, also einer der größten US-amerikanischen YouTuber, nämlich, ob die USA TikTok einfach so verbieten könnte. Übrigens, nutzt ihr eigentlich TikTok? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ja oder nein? Ich nutze die App übrigens nicht. Ich habe sie sogar von meinem Handy auch wieder deinstalliert. Die schnelle Antwort lautet, einfach so? Wahrscheinlich nicht. Auf Umwegen? Vermutlich ja. Natürlich gibt es auch eine ausführliche Antwort. Rein technisch wäre es sehr wahrscheinlich sogar möglich. Rein rechtlich sieht das Ganze allerdings dann wiederum ein bisschen schwieriger aus. Ein Weg, wie die USA TikTok verbieten könnte, wäre per Dekret, indem man eben US-amerikanischen Unternehmen verbietet, mit dem chinesischen Unternehmen ByteDance beispielsweise zusammenzuarbeiten. Mit der Begründung, dass es hier um die nationale Sicherheit geht. Das hat man beispielsweise auch schon mit Huawei oder wie man in Deutschland sagt Huawei in der Vergangenheit gemacht. Die Folge daraus war und ist, dass Huawei in seinen Smartphones kein Android mehr verwenden kann, weil Android natürlich zu Google gehört und Google ein US-amerikanisches Unternehmen ist. Und das spüren wir auch hier in Europa, da nämlich Huawei jetzt sein eigenes Betriebssystem auf den Weg gebracht hat. In Bezug auf TikTok bedeutet das, dass Apple und Google beispielsweise nicht mehr mit ByteDance zusammenarbeiten dürfen, was dann halt eben auch heißt, dass die Apps, also beziehungsweise das TikTok, nicht mehr im App Store und auch nicht im Play Store zu finden sind. Ein weiterer Weg seitens der US-Regierung TikTok in den USA zu verbieten wäre es, beispielsweise US-amerikanischen Investmentfirmen zu verbieten, in chinesische Software zu investieren. Das würde dann zwar nicht bedeuten, dass die App sofort aus dem App Store oder Play Store verschwindet, es wäre aber definitiv für ByteDance beziehungsweise TikTok ein wirtschaftlicher Nachteil, vor allem in Bezug auf Facebook, Google und Co. in den USA. So gibt es zum Beispiel auch ein US-amerikanisches Pendant zu TikTok, was gerade jetzt ein wenig Aufwind erfährt, da natürlich viele befürchten, TikTok verschwindet, TikTok wird verboten, deswegen gehen wir jetzt zu dieser Firma hin. Übrigens, aktuell gibt es ja auch einige Berichte darüber, dass Microsoft den US-amerikanischen Teil von TikTok kaufen könnte, womit dann auch diese Sicherheitsbedenken aus dem Fenster geschmissen werden und nicht mehr gelten würden. Trump hat allerdings dazu gesagt, dass es für ihn, egal ob jetzt Microsoft oder sonst wer, TikTok in den USA kauft, es soll trotzdem verboten werden. Aber ist TikTok in Bezug auf die Datensicherheit wirklich so schlimm? Werden die Daten wirklich an die chinesische Regierung weitergegeben? Also, TikTok wehrt sich natürlich gegen diese ganzen Vorwürfe. Sie sagen, dass alle Daten von US-amerikanischen Nutzerinnen und Nutzern, aber auch von Nutzern und Nutzerinnen in Deutschland, auf Servern in den USA, aber auch in Singapur gespeichert werden. Wie Netzpolitik.org berichtet, soll das laut Analysten auch stimmen. Die Wege der meisten Daten sollen nämlich zu den Amazon Cloud Services führen. Aber in den TikTok-AGBs steht außerdem das hier. Ihre Daten geben wir gegebenenfalls auch an andere verbundene Unternehmen unserer Unternehmensgruppe weiter. Es könnte also sein, dass die Daten von TikTok an andere Unternehmen von ByteDance weitergegeben werden, wodurch dann eben diese Daten auch beispielsweise in China werden, die dann auch an die chinesische Regierung weitergegeben werden können. TikTok sagte gegenüber Netzpolitik.org das hier. TikTok wird nicht in China angeboten und die chinesische Regierung hat keinen Zugriff auf NutzerInnen-Daten von TikTok. Weder hat die chinesische Regierung die Herausgabe von Daten verlangt, noch würde TikTok dieser Forderung nachkommen. Dennoch ist auch klar, dass ByteDance als chinesisches Unternehmen sich den Gesetzen und Vorgaben der chinesischen Regierung im Fall der Fälle beugen müsste. Das wurde beispielsweise 2018 deutlich, als der ByteDance-Gründer Zhang Yiming sich öffentlich entschuldigte, nachdem nämlich zwei Apps von seiner Firma abgeschaltet wurden. Er sagte nämlich, wir haben eine übermäßige Betonung auf Technologie gelegt und wir haben nicht berücksichtigt, dass Technologie vom sozialistischen Grundwertesystem geführt werden muss. Grob zusammengefasst bedeutet das, dass selbst wenn, und hier im Zweifel für den Angeklagten, keine Daten bisher weitergegeben wurden von TikTok an die chinesische Regierung, es durchaus in Zukunft trotzdem kommen könnte, dass die chinesische Regierung sagt, das würden wir jetzt aber gerne haben und ByteDance sich danach richten müsste. Mal abgesehen davon gibt es bzw. gab es in Bezug auf TikTok aber generell auch große Datenlücken oder Datenschutzlücken innerhalb der App, die sich beispielsweise Hacker sehr gut und relativ einfach im Vergleich zu vielen anderen Plattformen zunutze machen konnten. TikTok selbst verspricht natürlich Sicherheit und stellt auch viele Sicherheitsexperten ein, wie sie selbst auch sagen bzw. wie auch vielerorts berichtet wurde, um solche Lücken eben zu schließen. Aber hat das Ganze jetzt eigentlich Auswirkungen auf Deutschland? Wird TikTok jetzt auch in Deutschland verboten? International wird TikTok auch schon lange kritisch beugt und schon lange kritisch beobachtet. Ein Verbot in Deutschland allerdings steht aktuell nicht aus. Die Bundesregierung hat das wohl nicht vor. Anders sieht das beispielsweise in Indien aus. Dort wurde TikTok Mitte 2020 verboten und damit brach für TikTok auch einer der größten Märkte überhaupt weg. Man muss auch dazu sagen, dass Indien ebenfalls im Klinschlag und liegt mit China. Auch in Australien wird seitens der Regierung dort TikTok aktuell begutachtet. Ob und wann und wie TikTok in den USA jetzt verboten wird oder eben auch nicht, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Klar ist nur, dass die aktuelle Regierung in den USA dahingehend Schritte unternehmen möchte. Also die ganze Situation ist ziemlich verzwickt und es gibt natürlich viele, die sich darüber aufregen. Vor allem viele junge Wähler auch in den USA, die jetzt berichten, dass sie natürlich jetzt irgendwie enttäuscht sind und dass sie Trump deswegen auch nicht mehr wählen würden. Ich selbst benutze TikTok ja nicht, bin mit meinen 27 sowieso zu alt dafür. Und mein liebstes TikTok, mit dem ich auch aufgewachsen bin, kommt sowieso von Kesha. Von daher, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.